Hallo, ich bin Vanessa und begleite dich durch dieses Lernvideo. Gemeinsam wollen wir uns mit der Streckensymmetrale beschäftigen. Im Intro lernst du ihre Eigenschaften kennen. Für diesen Lernzyklus solltest du Strecke, Strahl und Gerade unterscheiden können und wissen, was Symmetrie ist. Falls du dir nicht sicher bist, schau zuerst bei den anderen Lernzyklen nach. Für Strecke, Strahl, Gerade klicke auf diesen Link. Für Symmetrie klicke auf diesen Link. Nach diesem Video wirst du die Streckensymmetrale beschreiben können und ihre Eigenschaften nennen können. Starten wir mit einem Beispiel. Es gibt eine Straße, an der zwei Schulen liegen. Dort, wo das X ist, befindet sich jeweils der Eingang der Schule. Es wird eine Bushaltestelle errichtet, die von beiden Schulen gleich weit entfernt sein soll. Sie würde sicher in dem roten Kreis liegen. Aber wie kann man den genauen Ort der Haltestelle bestimmen? Dazu brauchst du die Streckensymmetrale. Doch was ist die Streckensymmetrale? Die Streckensymmetrale teilt eine Strecke in der Mitte. Du kannst auch sagen, die Streckensymmetrale halbiert die Strecke. Die Streckensymmetrale und die Strecke stehen immer in einem rechten Winkel zueinander. Zusammenfassend kann man die Streckensymmetrale so beschreiben. Die Gerade, die durch den Mittelpunkt MAB einer Strecke AB verläuft und normal oder senkrecht zu dieser Strecke steht, heißt Streckensymmetrale SAB. Die Streckensymmetrale, hier in orange, ist eine Symmetrieachse der Strecke AB. Deshalb heißt sie Streckensymmetrale SAB. Jeder Punkt der Streckensymmetrale ist gleich weit vom Punkt A und vom Punkt B entfernt. Ich wähle irgendeinen Punkt P auf der Streckensymmetrale, hier in orange. Wenn du die Abstände von diesem Punkt P zum Punkt A und dann zum Punkt B misst, erkennst du, dass diese Abstände gleich sind. Hier siehst du eine Animation. Der Abstand des Punktes P zum Punkt A und zum Punkt B steht im Blau neben der Strecke. Du siehst, dass die beiden Abstände immer übereinstimmen. Zurück zum Beispiel vom Beginn. Erinnerst du dich noch an die Aufgabenstellung? Hier soll eine Bushaltestelle zwischen den beiden Schulen errichtet werden. Diese Bushaltestelle soll von beiden Schulen gleich weit entfernt sein. Eben hast du gelernt, dass alle Punkte der Streckensymmetrale gleich weit vom Anfangspunkt und vom Endpunkt der Strecke entfernt sind. Das heißt, die Bushaltestelle muss auf der Streckensymmetrale liegen. Wir zeichnen die Strecke zwischen den Eingängen der Schule ein. Nun zeichnen wir die Streckensymmetrale ein. Die Streckensymmetrale trifft auf die Straße. Genau dort beim roten X soll die Bushaltestelle liegen. Sie ist dann von beiden Schulen gleich weit entfernt. Teste dich nun selbst. Ich habe hier einen Lückentext. Stoppe das Video und schreibe die Wörter auf, die in die Lücken passen. Wenn du Hilfe brauchst, lasse das Video kurz weiterlaufen. Gleich wird ein Wortgeländer eingeblendet, sodass du die richtigen Wörter zuordnen kannst. Wenn du fertig bist, klicke auf Play und vergleiche mit der Lösung. Die Gerade, die durch den Mittelpunkt einer Strecke AB verläuft und normal oder senkrecht zu dieser Strecke steht, heißt Streckensymmetrale SAB. Die Strecke AB liegt symmetrisch zur Streckensymmetrale SAB. SAB ist die Symmetrieachse der Strecke AB. Jeder Punkt P der Streckensymmetrale SAB ist von A und B gleich weit entfernt. Als nächstes betrachten wir Beispiele und überlegen, ob es sich um eine Streckensymmetrale handelt oder nicht. Die erste orange Gerade ist keine Streckensymmetrale der Strecke AB. Sie geht nicht durch den Mittelpunkt der Strecke. Die zweite orange Gerade ist eine Streckensymmetrale der Strecke CD. Sie geht durch den Mittelpunkt der Strecke und schließt mit dieser einen rechten Winkel ein. Die dritte orange Gerade ist keine Streckensymmetrale der Strecke EF. Sie steht nicht im rechten Winkel auf die Strecke. Nun bist du an der Reihe. Bestimme, ob es sich bei den Geraden um eine Streckensymmetrale handelt oder nicht. Schreibe A, B, C und D auf ein Blatt und mache jeweils ein Häkchen, wenn die Gerade eine Streckensymmetrale ist. Schreibe eine Begründung dazu auf. Oder mache ein X, wenn es keine Streckensymmetrale ist und schreibe auch dazu eine Begründung auf. Stoppe nun das Video. Wenn du fertig bist, klicke auf Play und vergleiche mit der Lösung. Bei Aufgabe A handelt es sich nicht um eine Streckensymmetrale. Die orange Gerade geht nicht durch den Mittelpunkt der Strecke. In Aufgabe B ist die Streckensymmetrale korrekt eingezeichnet. Die orange Gerade halbiert die Strecke und steht senkrecht auf sie. In C ist ebenfalls eine Streckensymmetrale eingezeichnet. Die orange Gerade geht durch den Mittelpunkt der Strecke und steht im rechten Winkel auf sie. Bei D ist die orange Gerade keine Streckensymmetrale. Sie steht nicht normal auf die Strecke. Du weißt nun alles über die Streckensymmetrale. Im Basic zeige ich dir, wie du sie konstruierst. Hole deinen Zirkel und lass uns weitermachen.